Und zweifelhaft leben wir in einer Welt, in der die globalen Einflüsse, ob wir im wirtschaftlichen, im politischen und im kulturellen, immer stärker werden. Und wir müssen daher unsere Jugend vorbereiten im ganzen Bildungs- und Erziehungsprozess, wie sie mit dieser globalen Welt umgehen können und sollen, und zwar selbstbestimmt und selbstbestimmend. Zu diesem Thema veranstaltete daher auch das Pieter-Urselhoff-Institut eine Tagung Mitte Juni unter dem Titel Global Citizenship Education. Den Abschluss dieser Tagung bildet eine Diskussion, die Sie im Folgenden sehen können. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und Unterhaltung dabei. Und wir werden sicherlich auch in den nächsten Monaten zu diesem Thema verschiedene Veranstaltungen organisieren, zu denen wir Sie natürlich auch herzlich einladen.